Rote Rosen, Drama. Wurde Britta als Baby vertauscht? Jetzt gibt es auch bei Rote Rosen ein Babydrama. Offenbar wurde Britta als Säugling vertauscht. Wer ist ihre wahre Mutter? Die Telenovelas der ARD haben es derzeit in sich. Während bei Sturm der Liebe das Babydrama um Tina und Beatrice seit Wochen die Zuschauer in Atem hält, gibt es nun auch bei Rote Rosen einen Eklat um eine Babyentführung. Diese liegt zwar schon etliche Jahre zurück, kommt aber jetzt erst ans Licht. Britta ist auf der Suche nach ihren Wurzeln. Eigentlich ist für Britta Berge alles klar, Hannelore Ties, Clara Höfels, ist ihre Mutter. Doch während Hannelore vor kurzem im Krankenhaus eine merkwürdige Bemerkung fallen ließ, ist sich Britta plötzlich nicht mehr sicher. Sie erfährt, dass Inken und Hannelore am selben Tag im Krankenhaus entbunden haben. Inken, Tatjana Blacher, ihr Baby allerdings verloren hat. Zusätzlich versteht sich Britta sehr gut mit Inken und die beiden haben sogar dieselbe Allergie. Die Wahrheit kommt ans Licht. Die Vorschau von Rote Rosen verrät, ein Gehntes zeigt, dass Inken tatsächlich die leibliche Mutter von Britta ist und nicht Hannelore. Doch wie konnte es dazu kommen, dass Britta erst mit 38 Jahren davon erfährt? Hannelore hat ihren toten Säugling mit Inken vertauscht und jahrzehntelang dieses düstere Geheimnis mit sich herumgetragen. Wer weiß, ob sie Britta jemals davon erzählt hätte.